hallo mein lieber krebs schön dass du da bist ich grüße dich ganz herzlich und willkommen zu der monatslegung für den märz 2024 wo wir uns gleich anschauen werden was dich da so erwarten kann was wichtig wird was uns die karten da berichten wollen schon mal du bedenkst dass die legung wie immer allgemein ist und nicht unbedingt alle krebse betreffen muss was ihr wisst aber du wirst das dann merken und wir starten dann jetzt als erstes bekommst du wie immer auch eine überschrift eine botschaft vorab für den märz krebs worum geht es im märz verbundenheit das hatte ich beim schützen auch sich verbunden fühlen vielleicht geht es um eine verbindung zu einem menschen oder auch zu mehreren menschen vielleicht muss man herausfinden wohin man sich überhaupt verbunden fühlt oder wie man sich besser verbinden kann vielleicht geht es um situationen wo du dich mit verbinden willst oder eben auch was mit einer beziehung verbindung zu tun haben kann was jetzt nicht unbedingt liebestechnisch sein kann 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 natürlich auch sein werden wir vielleicht gleich sehen aber das kann auch eine andere verbindung anzeigen sich stark verbunden fühlen oder sich verbinden wollen krebs schauen wir mal wenn ihr das mischen zu lange dauert das auslegen dann kannst du gerne ein bisschen vorspulen krebs märz 2024 was kommt da auf krebs zu situationen menschen gefühle krebs märz 2024 was kommt da auf den krebs zu märz oha der teufel schon mal krebs krebs märz oh ja der page der krebs 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 märz 2024 was erwartet den krebs was möchte da auf den krebs zukommen krebs personen d Appeilckangänge Situationen treffe krebs krebs die wollen sich erstmal richtig legen krebs oh wow das heißt der kirche weitere karten sind krebs 3 der kirche die königin der münzen 3 der münzen ritter der münzen noch zwei der page der stäbe von der rückseite die königin der kirche von der rückseite und zusatzbotschaft der oder die die königin der schwerter von der rückseite man weiß immer nicht ist das der könig oder die königin so ein lieber krebs so zu beginn hier der teufel der kann jetzt mehrfach gedeutet werden also entweder geht es hier auch um einen steinbock das ist die steinbock energie es kann sein dass hier eine verführende lage auf dich zukommt eine verwickelte lage beziehungsweise jemand der da auf euch zukommt der page der kirche kann natürlich auch eure energie sein wenn es jetzt zum beispiel um einen steinbock geht muss jetzt nicht unbedingt das kann auch ascendent sein zum beispiel oder mondzeichen venus aber man lässt sich verführen beziehungsweise da kann jemand auf dich zukommen mit einem angebot vielleicht auch mehr so eine flirt aktion sage ich jetzt mal der page der kirche das ist eine jüngere energie das ist noch so bisschen grün hinter den ohren sage ich jetzt mal wo man sich vielleicht auch ein bisschen verleiten lassen könnte was die verbindung dann auch schon anzeigen kann und das ast der kirche was dafür die totale fülle steht was auch für neun menschen stehen kann im liebesbereich jetzt ist jetzt eigentlich der allgemeine bereich aber die liebe kann sich natürlich auch hier zeigen so das kann aber auch etwas anderes sein krebs wo man sich vielleicht auch zu verleiten lassen könnte bei einem kann das wirklich sein dass man sich verbunden fühlt oder sich verbinden möchte was den teufel auch so ein bisschen anzeigen kann dass man dann in einer sozusagen abhängigkeit gerät sich verbinden abhängig das kann auch etwas neues für dich sein wo du dich dann verbunden fühlst sozusagen was aber vielleicht erst mal mit vorsicht zu genießen ist auch wenn das ast der kirche hier liegt aber wie gesagt es kann erst mal eine erfüllung anzeigen dass man sich irgendwie emotional erfüllt fühlt dass die emotionen da sprießen die gefühle wir gucken mal was ist hier mit dem teufel page der kirche ast der kirche krebs kann natürlich auch um ein wasserzeichen hier gehen auch noch mal frische krebs scorpion was ist denn hier los ach da haben wir schon die engelsflügel woher habe ich noch ein bisschen creme verzeihung meine hände sind immer so trocken deswegen muss ich die ein cremen die lirien und die schatzkiste ja ja kann sein dass ihr da so das gefühl habt wow da wird mir was von oben geschickt dieser mensch eventuell was die leidenschaft erweckt was die gefühle aufblühen lässt das kann etwas sein was dich wirklich total emotional erfüllt wo du auch die harmonie fühlst etwas harmonisches etwas schönes und die schatzkiste zeigt auch auf dass es etwas ist was einem erfüllt dass man da wie so ein gewinn von haben kann das ist eine belohnung ein gewinn etwas schönes ein schatz sozusagen für dich etwas wertvolles vielleicht bringt dir da jemand auch diese wertschätzung entgegen wo man dann diese wertschätzung die erfüllung bekommt wo man sich wertgeschätzt fühlt so was haben wir da im hintergrund krebs 147 12 das sind die eulen das ist diese chaos lage das ist die unruhe innerlich aber positiv unruhig sein nervös sein das ist auch ja das kann die freiheit anzeigen so ein gefühl der freiheit irgendwie der emotionalen freiheit das kann euch so ein bisschen durcheinander bringen die schatzkiste zeigt natürlich auch auf dass man dinge für sich behält vielleicht ist das was wo man dann überlegt aber das soll ich das für mich erstmal behalten soll ich das erstmal verschließen weg sperren für mich als geheimnis erstmal bewahren und die eulen die stehen ja auch für so einen umbruch für eine umbruchssituation was neues was da auf dich zukommen kann wie gesagt entweder ist das ein mensch der eure gefühle da erweckt leidenschaftlich eine neue sorglose energie erstmal so flirt behaftet oder auch eine sache die euch emotional erfüllt aber wo man sich schnell irgendwie verwickeln lassen könnte oder wo man selber vielleicht auch schon das gefühl hat kommen wir weiter hier haben wir die drei der kirche die königin der münzen und die drei und die drei der münzen hier zeigt sich so eine freudige lage an beziehungsweise auch die feierenergie freude feier zusammentreffen spaß haben das ist auch die emotionalität die gefühlswelt innerlich dass man da auch sehr gefühlvoll in einer situation ist aber auch gleichzeitig sehr geerdet im alltag beschäftigt bekümmert bemutternd und einfach auch auf dem boden der tatsachen bleiben will ne das ist erdenergie stier steinbock jungfrau in erster linie kommt mir auch durch dass du sowieso an etwas anderes dabei bist dran zu arbeiten an deiner sicherheit an deiner stabilität etwas gerade sowieso fertig stellst sozusagen vielleicht geht es auch um die sache dass man trotzdem stabil und sicher ist weil man will vielleicht auch nicht zu viele emotionen gleich zulassen beziehungsweise man will sich da nicht direkt rein bewegen wenn das ein neuer mensch ist zum beispiel oder im liebesbereich auch egal wenn das auch eine andere sache ist muss jetzt nicht nur die liebe sein es hat etwas damit zu tun wo du dich verbunden fühlst oder sich überhaupt damit zu verbinden du möchtest erst mal in dieser angelegenheit einen sicheren boden herstellen es ist ein anfang wo man erst mal daran arbeitet das ist aber auch ein guter anfang wo man die sicht hat dass es gut funktionieren kann die zusammenarbeit auch überhaupt oder das hinzubekommen das fertigzustellen das überhaupt zu machen das ist auch die kreativität die man dann freisetzen kann dass man das ganze auch kreativ sieht selbst dass man da selbst pläne hat ziele hat etwas im kopf hat dass das ganze gut zusammen funktioniert wir erklären das mal auf krebs du musst das in deine situation um münzen wie es in deiner lage aussieht drei der kirche die königin der münzen und die drei der münzen was ist hier los aha die treppe und der bär ja aufstiegsmöglichkeiten das sind etappen die man geht die man wirklich voller stärke geht die man voller stärke ausführt das kann auch ein menschen anzeigen der da wirklich versucht etappenweise auf dich zu zu kommen was du auch weißt was du auch merkst hier wird sehr viel mut eingesetzt aktionen dass sich jemand da wirklich auf dich zu bewegen will was aber erstmal mit arbeit zu tun hat kann das funktionieren kann man zusammenarbeiten in der angelegenheit oder was ist etwas anderes für dich wo du mutig stück für stück aber drauf zu gehst vielleicht ist das auch so was wie eine chefposition oder auch eben so eine aufstiegschance im beruflichen bereich oder auch im alltäglichen privaten bereich vielleicht auch selbstständigkeit dass du natürlich erstmal schaust ja wie viel arbeit steckt da drin geerdet zu sein und das ganze auch wirklich verantwortungsbewusst zu vollbringen hier was haben wir denn da im hintergrund 64 64 ach das ist das schloss ja das ist die standhaftigkeit auch grenze stärke schon wieder die stärke wenn das der mensch ist der auf euch zukommt dann habt ihr ganz klar erstmal eine grenze zu zeigen deine grenze ist das so ein bisschen und ich weiter stopp wenn das eine neue energie ist ein neuer mensch ist das schloss ist auch euer zentrum euer leben sozusagen euer innenleben auch dass man da nicht sofort alles an sich heranlässt kann auch so eine schutzmauer sein auch in dieser angelegenheit wenn das was anderes ist dass man da erstmal eine schutzmauer aufbaut sich aufbaut dass nicht sämtliche dinge auf einen einpreschen können emotionen gefühle die einen sensibel machen außer rand und band bringen vielleicht auch wir schauen weiter hier haben wir den ritter der münzen page der stäbe königin der keich ist ja auch wieder deine energie und königin der schwerter ganz schön viel menschen hier hier ist auch wieder erdenergie stehe steinbock jungfrau das ist die geduldige langsame energie ne jemand der langsam auf dich zukommt oder du wo du langsam etwas freisetzt oder langsam dich bewegst ne mit geduld aber standhaft sicher und stabil ne hier haben wir allerdings eine feuerkraft ne feuerzeichen schütze löwe wieder das ist der page das ist auch so eine anfangsenergie leidenschaftliche energie das ist so ein kleiner dramatiker beziehungsweise ja jemand der feuer zündet wie man hier schon sieht ne der bewegt sich ins drama rein das kann aber auch deine energie sein dass du sagst ne stopp also jetzt nicht sofort drama hier oder sofort das feuer entfachen da habe ich gar keine lust zu weil hier bist du auch nochmal zu sehen ne dass man sich davon erstmal weg bewegt nicht sofort alles an sich heran lässt kein drama keine überflutung irgendwie es zeigt auch eine sensible art und weise an eine sensible seite ne die der andere mensch vielleicht nicht erkennt ne aber man hat das in sich man hat das in sich man hat das in sich man hat starke emotionale gefühle vielleicht auch ähm schmerz hinter sich ne deswegen lässt man hier etwas nicht zu und hier ja genauso ne hier zeigt man die kalte schulter oder auch eine person das ist luftenergie zwillinge waage wassermann ganz schön viele energien haben wir hier krebs also hier strahlt jemand einfach auch diese kälte aus ne es kann auch sein dass hier jemand auf eine richtig gute tat wartet ne da muss wirklich etwas sehr sehr gutes passieren damit man sich dahin bewegt ne da muss muss man sich sicher sein da muss etwas vielleicht muss da ja auch etwas wieder gut gemacht werden ne kann ja auch sein dass da eine person sich irgendwie nicht gut verhalten hat und hier wartet jemand auf eine wiedergutmachung erstmal ne aber so lange wird hier die kalte schulter gezeigt das klären wir jetzt mal auf was ist denn hier los der ritter der münzen page der stäbe königin der kirche und königin der schwerter aha der hafen okay und die münzen aha krebs ja das ist dein hafen wie eben ja auch schon gesagt deine welt dein zuhause dein ich dein sicherer hafen und hier die stabilität und die sicherheit je nachdem was das für eine situation jetzt hier ist ob das eine berufliche lage ist mit zwischenmenschliche die geschichte du bleibst in deinem sicheren hafen erstmal ne du lässt da auch nicht jeden ran emotional gefühlsmäßig sondern du möchtest etwas stabil und sicher haben und stabil und sicher sehen ne du möchtest dich wohlfühlen auch wenn das hier eine neue lage ist du möchtest dich sicher und wohlfühlen auch wie zuhause fühlen ne du brauchst einfach die geborgenheit in der sache nicht dass man sich auch verbinden kann dass man sich verbunden fühlt geborgen fühlt sicher und zuhause fühlt körperlich psychisch emotional hier ne was haben wir da 94 13 ja das ist das kind ja bloß nix irgendwie naiv sehen oder auch die sorglosigkeit bloß nicht irgendwelche sorgen an sich heranlassen deswegen hier die kalte schulter krebs ich möchte keine sorgen diese angelegenheit haben sagst du es wird immer noch leicht gesehen hier wird etwas noch nicht so tief betrachtet oder hier wird sich einfach noch nicht so stark verbunden je nachdem wo das jetzt ist mit menschen oder auch in dieser angelegenheit hier in dieser situation in dieser lage wo man drin steckt es muss erstmal stabil und sicher sein auch stabil und sicher emotional stabiler boden die sicherheit haben dass man sich auch wohlfühlt mein lieber krebs schauen wir mal was jetzt noch die seelenorakelkarte sagt eine seelenbotschaft noch für krebs märz so was haben wir denn da erfolg glück und fülle fließen zu dir genieße es und feiere das leben wow ja hier aus der kirche ich sag ja irgendwas erfüllendes kommt da auf dich zu allerdings kann es sein dass du dich da vorab wärst erstmal vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht ist ja man soll sich da nicht sofort rein stürzen aber hier kommt etwas auf dich zu da fließt etwas ein was dich emotional erfüllt eine erfüllung ist jetzt egal ob das ein neuer mensch ist im finanziellen bereich dass du privat da irgendetwas stabiles herstellen kannst aber du möchtest dir auf jeden fall erstmal sicher sein weil ihr seid ja auch sensibel in der angelegenheit alles muss natürlich erstmal funktionieren und sicher sein ist ja klar wenige menschen stürzen sich gleich sofort in etwas rein wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist ob das wirklich stabil ist ob das für dich selbst dann auch stabil ist ja genießt 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 du musst dich ja nicht so schnell verbinden oder verbunden fühlen mein lieber krebs danke fürs zusehen und hab einen schönen märz ich wünsche dir alles liebe bis dann tschüss genießt 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 genieß